Ähm, ja, was jetzt? Kriegt man noch von irgendwas anderem Leder? Einer, da wär noch einer. Ich muss ins Haus zurück. Ja, du hörst ja nie auf andere. Ich wollte nur behilflich sein. Du wärst behilflich gewesen, indem du da oben stehen bleibst, damit wir in deiner Nähe respawnen können, falls wir sterben. Es hieß, lock den lieber her. Ja. Es hieß nicht, geh da bald rauf. Das hättest du schon dazu sagen müssen. Ja. Na gut. Ja. 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 Dann sterben wir auch in der Kälte. Was ist denn? Wie lang ist das denn? Dehst du bitte auch? Wir sollten jetzt ganz schnell wieder in das Haus zurück. Ja. Boah, der, ne? Dass der nie machen kann, was man ihm sagt. Das wär's doch langweilig. Das wär's doch langweilig. Aber schlau, wie ich bin, hab ich ja für jeden Fall vorgenommen. Ja, vor allem du. Ja. Hey, ich bin schlau, nur um zu wissen, dass ich's nicht machen sollte, aber zu oben stimmen, um es trotzdem zu tun. Soll ich dazu jetzt irgendwas sagen? Nein. Ist besser für dich, ja. Wohl unberültig. Wohl unberültig. Meinst du? Ja. Oh, ich sterbe. Ja, ich auch. Ich nicht. Ich sterbe nicht mehr. Ich sterbe nicht mehr, ich hab auch Essen. Nee, ich hab wieder Essen und ich friere und... Ja, das kommt davon, wenn man nicht drauf hört, was einem gesagt wird. Nee, schon gar nicht mehr. Brauchst du hier gar nicht so rumheulen? Ja, das kriegen wir nicht hin. Nee, das kriegen wir nicht hin. Kann sein, weil ich jetzt schon nicht mehr laufen kann. Wenn ich jetzt wieder tot bin, das auch mal hinten anfangen. Ja, warum bist du eigentlich bei den anderen? Ich war ja eigentlich hinter, ja. Aber sie läuft mir ja davon. Ich hab ein gebrochenes Bein. Okay. Ich auch. Ich nicht. Schöpfe dich. Und... Flock. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja. 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 Warum sterbe ich jetzt auch? Ah, ich weiß warum. Ja, ich bin auch froh. Oh, du schaffst nicht mehr rechtzeitig. Ja. Schön alles weg. Das ganze Leder weg. Danke Dominik. Das können wir aber wiederfinden. Du meinst, du findest meine Leiche wieder. Oh nein, scheiße. Ach nee, du bist ja eh... Aber du weißt, wo du gestorben bist. Ich? Nö. Hä? Irgendwo aufm Weg in der Pampa. Ey, jetzt ist klar, wenn wir... 300 Meter hinter dir. Mir ist aber klar, wenn wir jetzt wieder so losrennen, und ich schon wieder so umkriegen bin, dass ich wieder sterbe, ne? Hat irgendjemand noch ne Fackel? Ich habe gar nichts mehr. Weil du dich nicht dran gehalten hast, was man dir gesagt hat. Hast du noch ne Fackel? Ich hab nur die hier. Aber die bringt nichts. Ich muss meine Leiche suchen. Warte mal, bringt das was, wenn wir zwei Fackeln anmachen? Dann kannst du schnell Material benutzen, um noch ne Fackel zu machen. Ich hab kein Holz und kein Spiel. Da ist ne Feuersteine. Da, 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 da kannst du abholzen. Ich brauch aber Feuerstein. Das dauert jetzt zu lange. Wir müssen jetzt eine Hütte suchen. Ne, weil wir beide gleich wieder tot sind. Richtig. Ja. Ja. Warum glaubst du so wohl, sag ich das? Ich hab noch halbes Leben. Ich hab unter die Hälfte. Euch Feuerstein. Ja. Ja. Da, dann kannst du da abbauen. Ich stehe ab. Ich auch. Der hätte bei unserer Zwischenhütte nicht irgendjemandes Feuer angelassen und wär weitergerannt. Dann hätten wir da ja Feuer. Aber. Jetzt hast du's aber auf mich abgesehen, ne? Ähm. Krieg ich meine Fackel? Hast du schon gemacht? Ernsthaft Fackeln? Leute, macht halt einfach ein Lagerfeuer. Oder Lagerfeuer, stimmt. Du wirst langsam eng, ne? Ja. Ja. Wo ist hier ein Stein zum... Ja, ich bin dann gleich tot. Vielleicht schaff ich's bis zum Lager. Jetzt regnet's auch noch, oder? Jetzt, 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 jetzt drehe ich nicht mehr. Jetzt kann ich überleben. Jetzt drehe ich nicht mehr. Echt jetzt? Ja, zumindest sind wir so stark. Aber macht trotzdem Feuer, bitte. Weil jetzt kann ich überleben. Ne, ich werd wieder gesund. Ich lauf weiter. Ja, ich werd auch wieder gesund. Jetzt hab ich extra so eine falsche Lagerfolge. Vor allem weil... Hier ist ja eins, ne? Bei mir das letzte Mal. Das war wie das letzte Mal. Wo wir knapp am Verdursten waren, dann hat's geregnet. Na gut, jetzt verhungere ich, aber es ist ja... Da gehen keine Bären auf rein. Ja, ich find aber keine Bären hier. Kannst auch... ...die Hunger, wie schnell das runtergehen soll, ein bisschen zu kurz essen, damit ich nicht so schnell machen kann. Dann muss man schon, ich kann's nur machen. Muss mir dann nur sagen, wo... Eine Weile. Muss ja nicht nur mal ne Scheiß Leiche finden. Moment. Das ist deine. Aber wenn das deine ist, wo... Hä, wo ist denn meine? Die muss ja auch irgendwo dann hier sein. Ja, 300 Meter hinter dir. Dann muss ja hier vorne irgendwo sein, oder? Kannst du mal leuchten mit deiner Fackeln? Dann könnte man vielleicht auch was finden. Besser. Das brauchst du nur hier leuchten. Ja, dann siehst du halt im Dunkeln bleibt ein bisschen besser, weißt du. Ich mein, das ist halt schade um das Leder, aber... Ich sag da nix mehr zu. Da liegen immer noch Fackeln. Oh. Ein nur. Ja, wir wissen nicht, wo du bist. Ich seh eure Namen. Warum? Ich gar nicht. Außerdem brauche ich keine Fackeln. Wofür brauche ich Fackeln? Wofür brauche ich Fackeln? Wofür brauche ich Fackeln? Ja. Ist da schon was gebraten? Nehmen wir die jetzt ohne scheiß Hackel. Wo liegt die denn? Wo liegt die denn? Ja, die Erne hat sie alle aufgenommen. Achso. Übrigens liegt da auch massenweise Fleisch drin, nur so nebenbei. Nein, meine Leiche. Ne, meine Leiche. Ähm. Kann das gleich nicht schneller beraten. So. Oh. Ups. Okay. Ich hab schon mal ein bisschen, 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 bisschen. Bisschen, bisschen. Bisschen, bisschen. Habe ich schon. Hm. Oh, ist die Leiche. Bist du mehr am Strand gelaufen oder wo? Ich hab keine Ahnung, es war stockdunkel. Und der Herr ist vorgerannt. Ich musste hinterher, ich wurde hinterher gezogen. Ich hab keine Ahnung, wo ich war. Ähm. 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 Gucken wir mal. Ja, in ungefähr 5 Minuten ist sie eh weg, nur so nebenbei. Ähm. Ähm. Hast du nicht gesagt, bis 5 Uhr aufnehmen? Hat er das? Hab ich das? Ja, hast du. Hab ich das. Ernsthaft? Was? Hast du nicht gefunden? Nein, ich hab meine eigentliche Scheiße gefressen. Soll ich einfach so auf Bärenfutter angedrückt habe und dann kam dieser Kurt da hoffen. Hm. Davon kannst du auch sterben. Ja, wenn es zu oft ist. Ich hab das jetzt nur einmal. Ich hab das jetzt nur einmal. Ich hab das jetzt nur einmal. Ich hab das einmal ganz hoch gedreht, damit ich was sehe. Komm mal gleich. Wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. 300 Meter, 300 Meter. Ja, du weißt ja, du weißt doch nicht mal, wo deine Leiche liegt. Ich hab das mal irgendwo bei dem, da wo die Natalie das Lagerfeuer gemacht hat, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht mehr. Ich find's ja nicht mehr. Hm. Boah, jetzt geht das wieder los. Was denn? Bleib halt bei... Ja. Bleib halt einfach bei den Leuten. Das ist genau das Problem, das uns in diese Scheiße gebracht hat. Ich komm ja schon. Ich hab nur auf der Leiche gesucht. Die findest du nicht. Die ist irgendwo auf dieser Karte. Das ist irgendwo eine Karte. Und nur wieder kann man den Enden. Ja, dann such. Ich watt beim Lagerfeuer und krib hier vor mich hin. Ernsthaft? Hab sie es auch? Ja, ja, sie hab sie doch! Fass sie nicht an! FASS sie nicht an! Ist doch alle gut! Wann ist doch alle gut! Ich geh zum Lagerfeuer, aber hast du, hast du? Ja, hast du das gesagt, das hab ich dir schon genommen, jetzt pack ich gerade rein. Hallo? Ja? Jetzt packt der alles wieder in die Leiche oder was? Wo ist denn das Lagerfeuer rein? Das ist noch da wo es war, aber der Herr musste wieder los rennen und hat dich durch die Gegend gezogen. Ja, auf der Suche nach der Leiche, die ich übrigens gefunden habe, ja? Aber trotzdem, bleib halt einfach bei den Leuten. Warum ist das Lagerfeuer jetzt aus? Weil da nix mehr drinne war. Ja, ich wollte doch gerade was reinlegen. Ich bin nicht wo ist denn das scheiß Feuer jetzt? Ist doch da, oder nicht? Und wer zieht mal langsam wieder los? Ich verhunger! Warte, ich kipp jemand. Boah, nein, 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 nein. Geht weg. Geht weg. Ohne Scheiß. Geht weg. Geht weg! Vor allem du! Und jetzt neulich? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und warum habe ich jetzt nicht gespielt? Weil du mir meine Speere geklaut hast. Weil du mir alles geklaut hast. Nicht bewusst. Nein. Oh, eine Leiche. Komm, ich nehme alles. Alter. Leute, ich verhungere. Lasst mir mein Fleisch. Ja, der nimmt das Fleisch raus. Ich besorge mir gleich Neues. So. Warte. Wirst du, wirst du deinen Speer noch haben? Warum ist da kein Feuer mehr drin? Keine Ahnung, hat er irgendjemand rausgenommen. Ja, du. Nö. Ich habe mir mein Fleisch genommen. So, ich schaffe es jetzt bis zum Lager. Oh. Oh. Ich habe mein Herz. Ich habe es jetzt bis zum Lager. Ich habe es jetzt bis zum Lager. Das ist mir. Ich habe es jetzt bis zum Lager. Ich habe es jetzt bis zum Lager. Was ist das? so was ich gelernt habe lieber dämme lasse ich jetzt in ruhe was du hoffentlich auch gelernt hast wenn man dir sagt bleibt dastehen wo du bist dann bleibt dastehen ich mache das Leder haben wir jetzt wieder oder ja dein glück ich hab immerhin wieder besorgt du warst ja auch schuld dass es weg war deswegen habe ich es ja wieder besorgt bloß endlich habe ich den tag gerettet ich habe ihn zwar auch du hast ihn erst versaut aber ja doch ich hasse den center was ich hasse den center was würden wir spielen die andere das ist die da bringt sie nichts weiter würden wir keine überlegen weil wir dann sofort verdursten das würde er auch wieder verlieren ich glaube ich würde es schaffen den brunnen austropfen zu lassen